Da hab ich eigentlich so wenig Rubber. Ich hatte doch mal 8.000. Ach, ich hab 6.000 verbraucht. Ja, dann ist es kein Wunder. Bei einer Anti-Meta bin ich nämlich nicht gestorben. Das hab ich schon mal ausprobiert. Okay. Händ euch die Radiation. One moment, please. Lol, das geht jetzt schon. Nein, hier bleiben. Ich muss die erst alle einstellen. Es sind natürlich keine Dings durchgekommen, ne? Oder sind die schon im Rohr? Ne. Es sind keine Dings rausgekommen, leider. Keine Drohnen? Ne. So, Prinzessin nach oben, ne? Ja. Und, okay, Drohne nach unten dementsprechend. Ich werde die Zuschauer haben wieder drei so ne Dinger gesehen, die ich nicht gesehen hab. Mal gucken, ist das einer? Ne, das ist ja das für ein Moment. Das ist da, und das ist da. Wo haben wir hier? Da, und dort. Da, und dort. Ach, das Geile ist, ich kann jetzt den zweiten Bienenstock ja auch anschmeißen. Sind zwei Drohnen rausgekommen. Da müsste er eigentlich automatisch dann in die Richtung gehen, ne? Ja. Also in Richtung Kiste. Leider ist da nix rausgekommen diesmal. Aber, ich glaub, die Silky produziert der ja auch nicht unbedingt jedes Mal. Ne, ne. Aber ich mein, du siehst da selber, wie wenig Material du aus den Tropischen wirklich rauskriegst, ne? Ja. Wie gesagt, man könnte sich ja mal ein paar Schoko-Waben machen. Wie macht man die eigentlich? Schoko-Waben? Schoko-Rähmchen meinst du? Ähm, ja. Ja, ja. Schoko, ne. Frame. Chocolate-Frame. Ein imprägnierter. Den macht man aus imprägniertem Stäben. Wie macht man die? Am Carpenter, okay. Okay, das ist ja gar nicht mal schwierig. Inträgnierte Stäbe und normale Fäden. Ne, stimmt. Das ist echt nicht schwierig. Aber es gibt ja noch mehr richtig geiler. Boah. Soul-Frame. Soul-Frame sind cool, aber es ist wie gesagt leider ja nur ein Creative-Item. Okay. Da könnte man richtig gut mit züchten, weil, ähm, die beschleunigen die Lebenszeit auf, ich glaub, 10 Sekunden oder so. Nicht mal. Warum benutze ich das dann nicht im Dings? Ne, wie gesagt, das ist ein Creative-Item. Ne, in meiner Testwelt meine ich. Achso, ja. Das könnte man machen. Dann hast du die Bienen ganz schnell durch und dann kann man immer ganz schnell hinterher, dann hat man die irgendwann schnell gezüchtet. So. Dichter Wald. Dichter Dschungelwald. Dichter Wald, aber nirgendwo. Auch nur ansatzweise. Ui. Hier ist jemand, der dir was schenken will. Mir was schenken? Ja. Worum geht's? Um den Zombie mit Dings, mit Osmiumrüstung. Ah, cool. Ich mag Osmiumrüstung. Die ist so osmisch. Oh, er hat sogar einen Brustpanzer fallen lassen. Das ist gut. jetzt bin ich glaube ich wirklich einmal durch den ganzen dschungel gerannt willst du nachher bei dir eventuell auch noch Dings machen hier? Dings sag ich. Dings sagt er. Also da hinten bei mir nachher auch noch Bäume züchten? Weil Ebony kann sein, dass das zum Beispiel nur im dschungel ging. Das kann sogar sein, muss ich doch mal nachgucken. Weil bietet sich ja dann an, ne? Also ich finde hier einfach keine, tut mir leid, aber ich sehe nix. Musst du vielleicht auch noch mal herkommen. Oder wir reißen den ganzen Dschungel ab und da findet man garantiert was. Das ist mit Sicherheit. Ich mein, du willst doch eh immer so viel Robber haben. Ja warum denn nicht? Wir können ja einfach mal die großen Bäume alle weg semmeln. Nur das Dumme ist, dass der Strom halt so heftig schnell weg ist. Mein Lapppack ist alle. Okay. Wie war noch mal ein Dings? Ach ne, warte mal, der war so, ne? Warte, ich muss mir mal die Konjunktur kurz aufschreiben. Ich hab schon den Dimensional Anker. Und ich hab gleich vor deinem Haus noch mal die Bienen leer gemacht. So bin ich zu dichter. Danke, danke, danke. So, ähm, notiere ich mir mal eben, dass ich so nett finde, zu dir. Ne, Jolly Roll, ja, sondern nicht rein. 80, minus 1203. So, tpx0. Ne, weißt du was? So ich auch zu mir tippen können. Ne, ne, ach so, wieso? Oh. Dann geb ich die gleich mal, ne? Hier tropisch, tropisch, tropisch. Ich kann die Johnny klauen, der hat bestimmt auch welche. Ja, das ist immerhin wieder ein Biegenkasten voll, ne? Wir brauchen eigentlich nun, du brauchst gar nicht weiter sammeln, wir bekommen eh mehr Drohnen raus. Wir haben jetzt genug Prinzessinnen, auf jeden Fall. Sicher? War das jetzt nicht nur drei? Äh, ne. Okay, du hattest vorhin drei Prinzess- äh, zwei Prinzessinnen und eine Drohne. Ja. Okay, das ist schon nur gut. Jetzt hab ich noch mal zwei Prinzessinnen und dann passt das. Okay. Die Rähmchen wären gut, wenn wir die noch machen könnten. Obwohl hast du, du kannst mal gucken, bei deinem Villager mal gucken. Die waren da hinten. Ja, warte, ich muss mal eben überlegen, der will nämlich jetzt erstmal Weizen haben. Du brauchst erstmal Weizen. Gehen wir bei Johnny Klauen, das merkt er gar nicht. Wir ernten einmal bei Johnny Klauen. Toll! Was ist denn hier los? Äh, die Rohre sind schon wieder knackevoll hier hinten beim Eisentank und... Ich weiß nicht, was mit dem Kram los ist hier. Das weiß keiner. So, mein Helm ist wieder fast alle. Auch mein Lab-Pack will nicht mehr. Ah, Lab-Pack musst du auf jeden Fall mal aufladen. Glaub ich... Ich überleg grad, baue ich mir noch mal schnell eine Achse. Aber die ist auch so schnell kaputt. Lohnt sich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, die 5-Over-Clocker reinzupacken, nur dass es schneller geht. Eigentlich nicht wirklich, ne? Strom. Naja, ja gut, wenn du jede Menge Überschuss hast, ne? Ja, ich hab, wie heißt, Storage-Upgrades reingepackt, dass da gleich mal 2,5 Millionen mehr EU drin sind. Okay. Jetzt sind wir ja wieder beide hier und ich hab auch schon... Ich hab die Koordinaten. Achso. 487 minus 627. Okay. So, 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 so. Was wollte ich denn jetzt? Ich hab die Ranken noch, verdammt. Ja, die brauchen wir nicht unbedingt mehr. Achso, hast du welche? Ja, ich hatte welche. Mir eine Schere gemacht. Oh, den pflanze ich mir die halt hier in der Wohnung. Ich hab jetzt Ranken bei mir in der Wohnung. Leute. Ach, du hattest doch hier auch irgendwas reingesp... Oh, Alter. Bienen und Osmiumschwert, Osmiumhelm. Hast du denn hier wieder alles gesammelt, ey? Du, das ist alles aus meinem Enderput. Ja, ich weiß. Achso. Noch mehr... Seidige Waben. Das nenne ich mal Rubber-Tree-Holz, ne? Ja. Guck mal, du hast schon seidige Waben dabei gehabt. Ja, ein, zwei hab ich rausgekriegt. Hast du die gerade mitgenommen? Ja, ja. Achso, gut. Die ganzen Waben. Und dann werde ich mal eben gucken, wie ich im Osmium... ein Osmiumschwert kann ich nämlich reparieren. Jo, ich hab auch eins. So. Das ist schon halb fertig. Vielleicht brauch ich mir nochmal ein paar Takes mehr. So. Und ein Osmiumhelm kann ich auch reparieren. Und da haben wir seidiges Bienenharz. Aber es wird wohl noch nicht reichen, ne? Ne. Seidiges Bienenharz. Dann mal nochmal kurz nochmal gucken. Ach, nochmal eine Zentrifuge packen. Dann geht das. Na, dann mal gucken. So, jetzt macht der schönen Rubber hier. Das ist nämlich auch schon einprogrammiert. Ich muss das einfach nur reinpacken ins Ding und schon macht der uns ne Hunke voll Rubber. Oh, ich seh gerade. Der braucht hier mal ein paar Kanister. Ein paar Büchsen. Büchsen alle? Jo, ich hab die aus dem anderen Dings genommen. Zack, zack, zack. Alter, die Schreinerei ist fast voll mit Honig. Das Einzige, was ständig fehlt, ist Bienenwachs, ne? Ja. Das ist das Einzige. Weil es sind schon wieder zwei duftende Verteflung fertig. Da hab ich eigentlich so wenig Rubber. Ich hatte doch mal 8000. Ach, ich hab 6000 verbraucht. Ja, dann ist das kein Wunder. Ja, das stimmt. Ja, das ist die große Frage. Wofür braucht man 6000 Gummi? Alter. Wie viele Büchsen wären denn hier noch fertig? Ähm, Honigtau in die Presse ist richtig, ne? Honigtau in die Presse? Ja, macht schön Honig. Ne, ich wollte nur noch mal... Oh, ich hoffe, Skype ist jetzt nicht abgeschissen. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Skype ist jetzt abgeschissen. Die wissen das nicht. Oh, ich seh grad, ich hab ganz viel Benzin. Ja, Skype ist abgeschissen. Ja, was ist mit meiner Leitung los? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Bisschen viel sogar. Hoffen wir einfach mal darauf, dass es sich wieder hol... äh, fängt. Aber ich glaube, ich kann einen Osmium-Chestplate jetzt... ja, die ist heile. Ja. Sauber. Soll die irgendwo rein? Gib mir die mal. Guck mal, hab ich da schon fast angefangen für? Ne, ne? Dann haben wir jetzt hier einen neuen Slot. Ne, ich mein, die war auch halb voll. Die ich gekriegt hab. Alter, ich hab sieben Stahl-Dinger, aber den Rest hab ich nicht. Aber dafür hab ich auf jeden Fall ne komplette, für den nächsten Gast mal ne komplette, ähm, Bronzerüstung. Ich wollt mir grad schon den Helm klauen. Ich hab keinen Helm mehr. Egal, ich brauch keinen Helm. Brauchst du nicht? Ach, warte. Ich renne dann nur mit dem Jetpack und, äh, ja, Stahlschuhe und Stahl, ähm, Hose rum. Okay. So, dann werd ich mal folgendes machen. Ich werd mal nochmal die Launcher neu starten. Okay. 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 Okay.